40 Cent, vier Skater. Der muss gleich kommen. Hey! Am Anfang muss er gleich kommen. Ja, so. Komm weiter. Wir sind auch nur jedes Mal 40 Cent. Das gibt's doch nicht. Hey! 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 40 Cent. Mal schauen. Ob was bei Wunsch bringt. Der Euro haben wir schonmal. Sechs. Neun. Zehn Euro wieder hier. Das wird wieder zehn Euro sein. Das wäre schön, wenn man auf den höheren einsetzt. Das ist das dritte Freispiel. Das ist das dritte Freispiel. Und das dritte Freispiel, was an die zehn Euro ist. Das ist lachhaft. Zeig dir nicht mehr raus. Das ist lachhaft. Das ist das dritte. 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 Das dritte. Das dritte. Das dritte. Das dritte. Wir müssen. Ja. Komm, eine Freureihe. Jawohl. 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 Ja, komm. Ich hätte gern die Spins genommen. Ist das alles? Ja. Torberufen, wirklich? Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm, komm. Ja, komm, komm. Ist das möglich? Das war also 4. Das ist ein Schuss. Nein, macht aber nichts. Ne. Geht aber, oder? Ja. Naja, es hätte auch schlecht gemacht. Keine Ersprüche. Nimm's wieder. Vorhin war jetzt gerade der ganz oben. Weißt du? Ja. 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 Schade. Ja. 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 Toll. So ein Falkpfosten nehmen. Nein. Sie ist so wichtig. Sie ist so wichtig. Leider fehlt noch einer, hätten wir schon ein Biscuit noch, da sucht er uns raus, 60 Cent. Ja, das ist echt das kleinste, sucht raus. Na dann. Komm, verlängel nochmal. Ein Ziehner wird schon werden. Nicht mein Zehner auf 60 Cent. Traurig. Auf plus 20. Ja, da wird auch nicht viel passieren. Auf plus 20 ey. Wie auf plus 5 und plus 10. Was kommt da wieder hin? Naja, da kommt wieder nix. Wie vorhin. Da darf er ruhig kommen. Schrott. Na ja, ist klar, dass er jetzt nix mehr macht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.